Hier der Schweingestahl und Mondschein. Man sieht's noch ein bisschen. Sieben Bäumen. Vollmond. Geht's los der 16. April 2014. Wir wollen erstmal nach Dresdburg. Und das heißt, wir müssen durch den Bäumen. Hier oben, das ist keine Laterne, das ist der Mond. Aber wir haben jetzt 3.59 Uhr. Mal sehen, ob hier alles ruhig ist in der Nacht. Und vor allen Dingen wollen wir hoffen, dass er jetzt erstmal ankommt in Dresdburg. Ich habe schon zweimal versucht, aber vielleicht ist es egal. In 300 Metern links abbiegen auf den Raiffeisenplatz. Der erste Weg nach Latislava. Links oben. Über Berlin. Jetzt links abbiegen. Hier haben sie keine Straßen beleuchtet. Hier haben sie keine Straßen beleuchtet. Hier oben. 2,8 Kilometer der Strasse folgen. 4 Uhr 1. 2,8 Kilometer der Strasse. Zurzeit keine Neozonen zu sehen. Aber ich dachte drüber, kommen sie dann raus. Und... Das ist der erste Auto. Ein bisschen Fenster auf. Wir legen jetzt raus, wenn es kalt. Und jetzt mal alles sortieren. Hier vier Reifen noch drauf. Ja, die Kasten auch mal. Das nehmen wir noch mit. Viertel von 5,9. Da kommt wieder eine, um zu arbeiten. Da kommt wieder eine, um zu arbeiten. Da kommt wieder eine, um zu arbeiten. Aber Blitzer haben wir wohl jetzt nicht hier um die Zeit. Aber Blitzer haben wir wohl jetzt nicht hier um die Zeit. Ah, das ist so gut. Montress. Hier nochmal die Aussicht aufhören. Mit Kraftanlagen. Zukunft nicht. Auch im Doppel. Oder sonst blinken. Aber ich mach das jetzt noch nicht. Keine Wahl.